Atsudo Ushida kann wegen einer Knieverletzung nicht mit dabei sein. Bedeutet das, dass Ihre Chance zu spielen größer wird? Zunächst einmal sind wir sehr enttäuscht darüber. Wir haben einen Leistungsträger verloren. Für mich war er immer ein guter Konkurrent und ich habe eine Menge von ihm gelernt. Für mich ist es also enttäuschend, aber ebenso eine große Chance, das ist richtig. Es wird sehr wichtig für mich werden, wie ich mich individuell und mit meinen Teamfähigkeiten in die Mannschaft einbringen kann. Dieser Wettbewerb wird für meine Zukunft wichtig. Ich bin nicht Atsudo Ushida, auch wenn mich die Leute so sehen, würde mich das nicht weiter interessieren. Aber ich bin ich und es ist mir ein wenig fremd, wenn mich Leute mit Ushida vergleichen. Trotzdem muss ich selbstverständlich meine beste Leistung abrufen, um sein Fehlen zu ersetzen, aber das tue ich auf meine Weise. Ich möchte das nicht so machen. Ich möchte das nicht einfach machen. Vielen Dank.